Hallo zusammen, ich bin die Esra, 30 Jahre jung, komme aus dem Raum Baden-Württemberg, bin verheiratet und habe drei wunderschöne Töchter. Ich bin gelernte Verwaltungsverein gestellte und arbeite aber seit dem Jahr 2015 selbstständig in meinem Kosmetikstudio. Parallel konnte ich auch im selben Jahr den Bereich Network Marketing kennenlernen, wo ich auch einen sehr guten Start hatte und gemerkt habe, wie schnell man aufsteigen kann und auch super bezahlt wird. Im Jahre 2017 wurde ich an Rheuma erkrankt und auch in der Familie haben wir sämtliche Erkrankungen, in denen sie im Jahr erfahren bekommen bzw. spüren dürfen und durch die Produkte von Fairway wieder an meine Gesundheit rückerlangen konnte. Denn seit diesem Tag habe ich keine einzigen Rheumaschübe mehr und meine Rheumafaktoren liegen bei Not. So wie die Hornhautverkümmung meiner Kinder, die chronischen Erkrankungen meiner Eltern, Asthma, Bluthochdruck und auch der Schlaganfall meiner Mutter, die sie in dem selben Jahr hatte und körperlich zu nichts mehr imstande war. Auch sie habe ich wieder damit aufbauen können. Also wie ihr merkt, Fairway hat mir nicht nur einen finanziellen Zuschuss geboten, Nein, Fairway hat uns unsere Gesundheit zurückgegeben und uns gesundheitlich auf eine ganz andere Ebene gebracht, in der wir uns natürlich weiterhin begeben bzw. mit den Produkten absichern. Denn Fairway ist derzeit die innovativste Firma auf dem Markt und bietet viel, viel mehr Transparenz, sowohl mit den Produkten als auch mit dem Marketingplan. Wenn auch du Interesse daran hast, zu Hause aus etwas arbeiten zu wollen, dann bist du bei der Firma genau richtig. Ich kann dir nur zum Mut sprechen, diesen Weg zu gehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Hallo an alle Fairway-Partnern da draußen. Mein Name ist Stefan Stittrich, ich bin 49 Jahre jung, komme aus Oldenburg an der Neutseeküste, bin vom Beruf statikgerückter Kosmetiker, seit über 22 Jahren selbstständig mit einem eigenen Studio, habe auf über 100 Quadratmetern zwei Etagen mein eigenes Reich und bin seit 2018 auch Kosmetikmeister. Ich bin eigentlich in diesem Beruf leidenschaftlich aktiv. Das ist mein Hauptpart und ich weiß, was aktuell angesagt ist. Ich kenne mich dort bestens aus. Sportlich bin ich, Treadet seit drei Jahren, trainiere für den Ironman in Deutschland nächstes Jahr und deshalb ist auch für mich Nahrungsergänzung und gesunde Haltung ganz, ganz wichtig. Warum Fairway? Ja, es hat mehrere Gründe. Zum einen, Fairway ist Founder Ilan Drogam. Wir haben dort den besten Networker weltweit als Gründer. Man muss sich vorstellen, wir haben dort Produkte im High-End-Level-Segment. Das heißt also, die Produkte, die wir haben, sind ganz, ganz hochwertig. Die finden wir woanders so in der Art gar nicht. Zum Beispiel das Thema Kosmetik und Nahrungsergänzung. Kosmetik sind wir fantastisch aufgestellt. Ich bin nur überrascht, dass wir dort so hochwertige Produkte haben, zu einem Preis-Leistungs-Segment, was woanders gar nicht zu finden ist. Nahrungsergänzung. Wir sind in der Kölner-Liste gelistet. Das heißt also, für jeden Hobbysportler bis Profisportler, alles drinne. Und die Produkte liebe ich. Es ist wirklich ein Wahnsinn, was Fairway uns da anbietet. Marketing. Wir haben tägliche Bonus-Auszahlung. Täglich bekomme ich auf den Cent genommen meinen Bonus ausgezahlt. Für mich als Unternehmer ganz wichtig. Ich kann es reinvestieren. Oder als Privatperson. Ich habe dort die Möglichkeit, meinen Lifestyle dementsprechend mit zu bestreiten. Und ich kann aussuchen, wie viel ich haben möchte und wie viel ich leisten will. Und das ist ein faires, transparentes System. Und der Marketingplan ist komplett durchdacht. Man kann seine eigene Karriere aufbauen und beobachten, Step-by-Step und andere Karrieren fördern. Was für mich noch wichtig ist bei Fairway. Ich habe dort Ansprechpartner. Die sind im Top-Level. Ich bin mit einer Orga Helena Löwenstein. Ich werde bestens informiert. Ich bin in allen Bereichen transparent und top aufgestellt. Mehr geht nicht. Und deshalb bin ich mit diesem Unternehmen absolut 1 zu 1. Und ich kann nur sagen, ja, es gibt nirgendwo was Besseres. Jeder kann dort sein eigenes Level raussuchen und ist mit Fairway top am Markt aufgestellt. Deshalb ganz klar, I love my company, I love Fairway. Und baut euch eine eigene Karriere mit Fairway auf. Warum? Weil es am Markt nichts Besseres gibt. Bleibt gesund und macht eure Karriere bei Fairway. Ciao, tschüss, euer Stefan Stittrich. Hallo, ich grüße euch. Ich bin die Rosi Vechter aus Heigerloch. Bin seit kurzem bei Fairway mit dabei und mache schon lange Network-Marketing. Wieso Network-Marketing? Ja, heute mal aus dem Auto. Wieso Network-Marketing? Es lässt sich einfach gerade als Frau ganz, ganz toll vereinbaren. Mit Familie, Haus, Garten, egal. Ja, du kannst dir die Zeit frei einteilen. Du wirst belohnt für das, was du tust. Ja, umso mehr du Zeit investierst, Kontakte machst, umso mehr wirst du belohnt. Ja, und ich finde es einfach nur toll. Und ja, die Produkte, total begeistert von Fairway. Es ist einfach ein fairer Preis. Einzigartige Produkte mit Alleinstellungsmerkmal. Und du kannst einfach frei agieren. Du kannst wirklich jeden ansprechen. Jeder braucht die Produkte. Und ich finde es einfach nur cool. Ja, und ich freue mich auf alles, was kommt. Und ja, nütze diese Chance. Es ist einzigartig. Auch der Marketingplan. Wahnsinn. Tägliche Auszahlungen. Du kannst wirklich ganz, ganz viel erreichen. Verschiedene Bonis. Und ja, ich bin hellauf begeistert. Ich nehme euch gern mit auf diese Reise. Und freue mich auf alles, was kommt. Ciao, ciao. Mein Name ist Enrico Hausmann. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin ledig, habe keine Kinder. Und wohne im Raum Meissen, was im wunderschönen Freistaat Sachsen liegt. Ich bin gelernter Drucker. Arbeite seit ca. 10 Jahren in einer großen deutschen Online-Druckerei. Und habe dort einen sehr lieben, netten Mitarbeiter kennengelernt, der mich ins Network Marketing eingeführt hat. Ich habe aber erst mal gesagt, okay, das ist nichts für mich. Ich bin kein Verkäufertyp. Und habe ihm das dann auch so gesagt. So ganz sukzessive ein paar Informationen gegeben zum Network Marketing. Und ich habe dann nach einiger Zeit, habe ich mich dann doch dafür entschieden, in dieses Unternehmen mit einzusteigen. Bin halt seit ca. 9 Jahren im Network Marketing nebenbei mit tätig. Und finde das ein ganz interessantes Feld. Man kann sich viel Wissen zulegen. Gerade im Bereich Gesundheit, was eben sonst so niemand weiter sorgt. Also man sollte sich schon selber schlau machen, gerade zum Thema Gesundheit. Und ich bin jetzt seit 2017 mit bei der Firma Fairway. Und jetzt die große Frage, warum Fairway? Weil Fairway einfach hammergeile Produkte hat. Unter anderem dieses DDX-Drink. Und ich habe mit diesem DDX-Drink schon einige gesundheitliche Erfolge erreicht. Ich habe bei meiner besten Freundin, habe ich damit den Heliocobacter-Virus besiegt. Und ich selber habe eine Sarcoidose. Das sind, muss man sich mal so vorstellen, das sind entzündliche Punkte, die man im Körper hat. Und die verschiedene Körperorgane befallen und in den Körperorganen dann Krankheiten auslesen. Und ich habe mit dem DDX-Drink, habe ich die Krankheit besiegt, kann man so sagen. Meine Werte, die erst viel schlechter gewesen sind, zum Beispiel Kreatinienwert, war wesentlich erhöht. Leberwerte waren wesentlich erhöht. Und einige andere Werte auch, waren auch wesentlich erhöht. Die habe ich mit dem DDX-Drink innerhalb von einer ganz überschaubaren Zeit wieder normalisieren können. Da bin ich sehr stolz und froh darüber. Und Fairway hat auch noch andere hammergeile Produkte, unter anderem das Aloe Vera Cannabis-Drink. Und das benutze ich mit dem DDX-Drink. Das benutze ich täglich. Also ich benutze sehr viele Produkte von Fairway. Hallo, ich bin Annette Kramer-Döring, ich bin 48 Jahre jung, habe drei wundervolle Kinder, zwei Enkelkinder, bin glücklich verheiratet und ich bin Hausfrau. Was mache ich? Ich bin im Network Marketing tätig. Ich kann mir hier meine Zeit so einteilen, wie ich es für richtig halte. Ich kann arbeiten, wann ich will und wo ich will. Ja, worum Fairway? Fairway hat hochwertige Produkte zu fernen Preisen. Was begeistert mich an Fairway? Fairway begeistert mich, weil ich hier die nötige Unterstützung bekomme. Ich habe hier Schulungen, ich habe Produktvideos. Ich kann mir alles anschauen. Alles wird mir zur Verfügung gestellt. Und egal, was für Fragen ich habe, sie werden mir sofort beantwortet. Ich liebe die Produkte und ich liebe die Companie. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Hallo zusammen, ich bin die Lena, ich komme aus Stuttgart und ich bin jetzt ungefähr seit einem halben Jahr bei Fairway mit dabei. Wie bin ich zu Fairway gekommen? Also eigentlich über die Produkte. Ich habe schon länger was gesucht, weil ich Magen-Darm-Probleme hatte und Unverträglichkeiten. Sechs Jahre lang und ja, ich habe sehr vieles ausprobiert und nichts hat mir so geholfen wie das DTX von Fairway. Und deshalb habe ich natürlich gesagt, wow, mega, ich werde auf jeden Fall auch mit ins Business einsteigen. Weil es für mich natürlich auch sehr interessant ist, da ich ein Kosmetikstudio in Stuttgart betreibe seit zehn Jahren. Und ich finde, man kann das sehr gut kombinieren. Also gerade Gesundheit und Schönheit gehört für mich zusammen. Und deshalb bin ich mit eingestiegen und bin jetzt schon nach zwei Monaten Goldambassador geworden. Da war ich auch ganz stolz auf meine Leistung. Meine Kunden sind auch sehr begeistert. Und ich finde es wirklich eine super Alternative, auch nochmal Online-Geld zusätzlich zu verdienen. Wir sind gerade jetzt in dem Lockdown, wo wieder die Studios geschlossen haben und wir dann auch keine Möglichkeit haben, direkt am Kunden zu arbeiten. Ist natürlich so ein Online-Business eine perfekte Lösung. Und gerade mit Fairway, weil wir einfach diese einzigartigen Produkte haben. Preisleistung ist bombastisch. Und auch natürlich das Design. Also für mich ist natürlich auch die Optik immer sehr wichtig von dem Produkt. Wenn ich das kaufe, möchte ich auch natürlich, dass es nach was aussieht. Und ja, bei uns stimmt einfach alles. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar über die Chance. Und dass ich auch die Chance gesehen habe und damit eingestiegen bin. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass ich wieder gesund bin. Und ja, mein Team wird immer größer und größer. Die Leute sind total begeistert. Und ja, danke Fairway. Hallo, ich bin die Else. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich arbeite im Einzelhandel und bin eigentlich per Zufall auf Fairway gestoßen. Und habe da eigentlich so meine Zukunftsperspektive entdeckt, da der Einzelhandel mich nicht ganz so glücklich macht. Möchte ich mir da ein zweites Standbein aufbauen und einfach ein bisschen finanzieller frei zu sein. Moin, mein Name ist André Malczak. Ich bin 35 Jahre alt und komme aus Seevetal. Das liegt südlich von Hamburg. Und bin dort in einem Familienunternehmen tätig. Aber wollte mir noch nebenbei was dazu verdienen und bin so auf Fairway gestoßen. Ich war vor mehreren Jahren auch schon im Network Marketing tätig, was ich relativ schnell wieder verworfen habe. Warte ich wahrscheinlich entweder zu unerfahren oder wusste nicht genau, was ich machen sollte. Auf jeden Fall habe ich das relativ schnell wieder in Akta gelegt. Aber jetzt, wo ich auf Fairway gestoßen bin, war ich sofort begeistert von der Produktpalette, von dem Karriereplan, auch alles was dazuhört. Mit den täglichen Bonusauszahlungen und auch so. Die Produkte selber wirklich sind bestens. Also wirklich über Alu-Vera, DTEX, die Nahrungsergänzung, Beauty, die Hexacard. Wirklich vor allem in der jetzigen Zeit, wo die Leute auch ein bisschen mehr auf Gesundheit achten wollen. Und da kann man wirklich so sein Business aufbauen. Und man muss sich ja wieder auch nur eine Sparke raussuchen. Und wenn man sich daraus spezialisiert, kann man damit richtig, wirklich gutes Geld verdienen. Und ich bin halt, seit ich wirklich jetzt bei Fairway bin und das auch wirklich aktiv mache, ich bin ein anderer Mensch geworden. Wie gesagt, du hast halt einfach nebenbei noch ein bisschen Geld, was du dir dann sparen kannst oder halt auch mal wirklich mit mir essen gehen kannst, die auch mal was leisten kannst, auf was du Bock hast. Das ist halt wirklich, da wird wirklich drin. Und ich kann nur jedem empfehlen, Network-Marketing zu machen, weil es halt einfach wirklich ein super Nebenverdienst, auch passives Icon ist, wo man halt, wie gesagt, wirklich sich was aufbauen kann und dadurch halt, wie gesagt, wirklich seinen Lifestyle nachher wirklich harten kann. Und genau, deswegen bin ich echt begeistert davon. Und bin auch froh, hier gelandet zu sein und würde es auch nie wieder missen wollen. Ich bin der VK-Kurs, ich werde demnächst 67 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin mittlerweile in Rente, muss sagen, ja, ich könnte davon leben, aber das, wovon ich träumen, könnte ich mir von meiner Rente nicht leisten und bin froh, dass ich Network-Marketing kennengelernt habe. Leider gehörte ich zu den Menschen, die, ich habe mindestens dreimal Nein gesagt. 1998 bin ich dann aber eingestiegen, weil ich 10 Mark sparen wollte. Ich wollte eigentlich nur 10 Mark sparen, hier wollte ich überprüfen. Heute bin ich froh, dass ich immer noch dabei bin. Und noch besser finde ich, dass Ilan Dunger eine eigene Firma gegründet hat. Und ich kann Network-Marketing mir empfehlen. Ferbi hat tolle Produkte, heute haben wir sogar noch eine Schulung zu unserem neuen Luftfilter, den wir jetzt reinbekommen. Wir haben Gesichtspflege, wir haben einen super Reiniger, also den müsste eigentlich jeder zu Hause haben, weil er ist günstig, alles blitzt. Also seitdem ich ihn habe, mache ich sogar gerne sauber, alles nur mit Naturprodukten. Ja, und dann haben wir Gesundheitsprodukte, Fitnessprodukte, aber das kann man ja auch googeln, was wir alles haben. Ich kann auch gerne ein paar Filme davon drüber schicken. Du solltest vielleicht mal drüber nachdenken, ob du mit deiner jetzigen Situation zufrieden bist. Ist dir eigentlich bewusst, dass du in nur 3650 Tagen schon wieder 10 Jahre älter bist? Also ich muss sagen, ich bereue heute, dass ich nicht mehr 18 bin. Wäre ich 18 mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich sofort mit Network-Marketing anfangen. Er hat zum Glück ein 1.1. FerbiTV auf YouTube, findet man eine ganze Menge Filme, finde ich hochgradig interessant. Die Schulungen laufen heute zum größten Teil online. Für mich optimal, weil ich nicht so gerne oder nicht so fit bin und außer Haus gehe. Also ich finde das toll. Ich habe gerade jemanden ins Geschäft gebracht, J4D, gar nicht in meiner Nähe, durch Facebook kennengelernt. Ja, es macht einfach Spaß. Also wenn ich das Geschäft nicht hätte, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich schon links einen Strick gefunden. Ich traue, ich bin froh, ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Ja, und ich bin dankbar, dass Ilan sogar hier ist. Ja, hallo, ich möchte heute mein Video machen. Es ist mein erstes Video, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird schon klappen. Mein Name ist David Oldenburg, ich bin 39 Jahre jung, komme aus Hamburg, habe drei Kinder, bin verheiratet und arbeite hauptberuflich noch im Universitätsklinikum in Ettendorf in Hamburg, in der Patientenversorgung. Ja, der Job macht mir eigentlich Spaß, alles ist soweit gut, aber ich kann meine Ziele damit nicht erreichen. Ich möchte meiner Familie ein unbeschwertes Leben bieten, möchte reisen, möchte schöne Autos, welcher Mann möchte es nicht. Warum Fairway? Ja, erst mal hat mir die Produktpalette sehr gut gefallen. Ich kenne Herr Dogan schon aus LR-Zeiten, weiß, dass er ein kompetenter Partner ist, ein kompetenter Geschäftsführer ist und ja, der Marketingplan ist 1A, ich habe noch nie einen besseren Marketingplan gesehen und ja, deswegen habe ich mich für Fairway entschieden. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und noch einen schönen Sonntag. Bis bald, euer Dick. Hallo, wir sind Olli und Olli Magdans aus Ulm, Lea. Wir haben seit 1975 ein Kosmetik- und Friseurgeschäft mit zurzeit vier Mitarbeitern. Im Network Marketing sind wir schon seit 1999 aktiv. Seit 2017, also von Anfang an, arbeiten wir mit der Firma Fairway und finanzieren uns die schönsten Urlaube. Zurzeit ist mit Urlaub nicht viel los, aber wir kommen mit unserem zweiten Standbeinfahrt viel besser über die Runden. Top-Produkte, tolles Team, einzigartiger und fairer Marketingplan. Für unsere Generation ist diese Form der Selbstständigkeit ideal. Wir treffen Freunde, haben Spaß und trainieren unsere grauen Zellen mit dem Business von zu Hause aus. Wir danken Ilen Dogan für die Chance und 20 Jahre gute Zusammenarbeit. Und Helena Löwenstein für ihre Geduld und ihre Unterstützung. Auf die nächsten 20 Jahre! Toi, toi! Hallo, ich heiße Laura, ich bin 39, verheiratet, Mama von drei Söhnen. Ich komme aus Frankreich, lebe aber in Deutschland seit 2001. Ursprünglich habe ich Sprachwissenschaften studiert, weil ich Dozentin an der Universität werden wollte. Aber als ich zum ersten Mal schwanger war, da war ich noch Studentin, ich habe ganz schnell verstanden, ich kann mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben an einen Job anpassen zu müssen. Wie zum Beispiel jeden Tag zu festen Uhrzeiten ins Büro fahren oder Urlaub beantragen zu müssen und so weiter. Und so habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich von zu Hause Geld verdienen könnte. Und parallel zum Studium habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Online-Marketing-Agentur. Aber auch da habe ich ganz schnell verstanden, wenn ich Aufträge bearbeite, verdienen sie Geld. Aber wenn ich mal nicht die Möglichkeit habe, das zu machen, weil ich krank bin, Urlaub mache, weiß, weiß ich, dann verdiene ich kein Geld. Also habe ich weiter nachgedacht und mich gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, Geld zu verdienen, also sehr viel Geld zu verdienen, damit ich wirklich Zeit habe für die Sachen, die mir wichtig sind. Für mich, das ist meine Familie, ganz klar, meine Kinder und natürlich auch, damit ich unsere Träume verwirklichen kann. Und wenn man die meisten Menschen fragt, ist es denn möglich, Geld zu verdienen oder zu arbeiten, dann wird man in der Regel Nein hören. Aber das ist eigentlich nicht ganz wahr. Man kann schon Geld verdienen, ohne zu arbeiten, aber man muss dafür viel Geld haben, viel Kapital. Da könnte man investieren in Franchise-Konzepte wie McDonald's, aber dieses Geld hatte ich nicht, wie die meisten Menschen auch nicht. Aber es gibt nie Zufälle im Leben und irgendwann hat mich eine Person auf eine Geschäftsmöglichkeit angesprochen, Network Marketing. Und diese Person hat mir erklärt, da investiere ich meine Zeit am Anfang, um meine Sales, also um eine Vertriebsorganisation aufzubauen. Ich schule diese Person, ich helfe denen, ihre eigenen Ziele zu erreichen, ihre Träume zu verwirklichen. und erhalte lebenslange Provisionen aus allen Verkäufern und Umsätzen, die dann von dieser Organisation gemacht werden, auch wenn ich selber nicht arbeite. Und ja, ich habe natürlich sofort zugesagt und das war auch die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, und jetzt, warum ich mich besonders für Fairway entschieden habe, es gibt so viele Gründe, ich versuche mal die wichtigsten herauszusuchen. Also erstmal die Tatsache, dass ich jeden Tag bezahlt werde, das ist im Network Marketing ein absolutes Einleinstellungsmerkmal oder auch zusätzliche Vorteile wie Autobonus. Jeden Monat ab einer bestimmten Stufe kriege ich zwischen 500 und 1000 Euro ausgezahlt, ohne Wenn und Aber, egal ob ich ein Auto habe oder nicht. Das Produktkonzept passt total zu den jetzigen Trends Gesundheit, Wellness, Fitness, Umwelt. Wir haben Produkte, die multifunktionell sind, das heißt, die können in verschiedenen Bereichen benutzt werden und das wiederum bekämpft auch den Überkonsum. Das ist auch sehr wichtig. Es gäbe so viele Gründe, die ich noch nennen könnte, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen, aber auf jeden Fall für mich und meine Familie war Fairway die allerbeste Entscheidung und wir sind frei dank Fairway und genau das wünsche ich euch. Hallo alle zusammen. Ja, wir sollten ein Video machen, warum Network Marketing, warum Fairway? Kurze Vorstellung von mir, also ich bin die Rebecca Moraw, ich habe jetzt eine vier Monate alte Tochter und bin super happy darüber, gehe, bin Friseurin und gelernte Kosmetikerin, arbeite auch schon wieder im Friseurbereich, da ich einen eigenen Friseursalon habe. Genau, ja, also ich arbeite so um die vier Stunden am Tag, fünf manchmal auch und da kann ich einfach Network Marketing und auch Fairway nebenher gut einbauen. Und zwar kann man das Ganze einfach von zu Hause aus machen, genau deswegen bin ich damals einfach auch auf Network Marketing gekommen, das ist schon sehr lange her, das war 2003, stimmt nicht, das war 2007 und damals hatte ich eigentlich eher Geldprobleme und deswegen, dadurch, dass man da starten kann mit ganz wenig Geld und man eigentlich extrem viel Einkommen generieren kann, habe ich damals das als Chance gesehen und ich kann euch nur ans Herz legen, schaut euch Network Marketing an die Branche, gebt der Branche eine Chance, gebt Fairway eine Chance, Fairway hat sehr viel zu bieten, ob es die Produkte sind, die extrem tolle Erfahrungsberichte haben oder andere Sachen, also schaut es euch an, ich kann es euch nur Herzens ans Herz legen und ich bin super happy, weil ich kann jetzt morgens um 10 spazieren gehen, ich kann das Video nebenher aufnehmen, man kann live gehen oder auch andere Sachen kaufen und deswegen, schaut euch die Branche an, Homeoffice ist die, wie soll man sagen, die Zukunft und Homeoffice kann auch draußen stattfinden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. und wir sehen euch, dass ihr euch vor Ort auch noch einen vielleicht auch ein paar ja, das ist die, auch noch etwas zu können, finde ich mir die und Armut drauf, zweite Mal, bis zum nächsten Mal, ich gehe euch, das ist das Video, das ist das Video, und ich gehe mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe für mich selber die Verantwortung übernommen und fühle mich eigentlich richtig wohl. Ich habe 2017 durch die Firma Fairway und ihre Produkte mittlerweile zwei Medikamente absetzen können, die ich eigentlich ein Leben lang nehmen sollte. In meine Adern fließt DTX und Aloe Vera plus Vitamine, Mineralien, Spurelemente, alles was im Vita-Aktiv mit drin ist und ich muss dazu einmal Herr Dogan ein recht herzliches Dankeschön aussagen Für die genialen Produkte, sie sind naturgetreu, was durch meine Adern fließt, Aloe Vera mit Cannabis, das muss ich echt sagen, das ist mein Lebenselixier. Da muss ich Herrn Dogan einmal echt Danke sagen, das ist ein ganz tolles Gerät. Ich trinke Aloe Vera seit nun 2003. 2003 habe ich das angefangen. 2017 bin ich umgestiegen zu Herrn Dogan, ich bin ihm in die, wie sagt man, gefolgt und seither trinke ich Aloe Vera von Herrn Dogan von Firma Fairway und muss ehrlich sagen, genial. Alles naturpur. Ich wünsche euch viel Gesundheit und alles Gute. Bis auf ein Wiedersehen. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.